Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schule zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 3 hier auf meinem YouTube-Kanal. So, und ich würde jetzt mal gucken, kann ich mich hier wohl runterfallen lassen? Ohne dass großartig was passiert. Weiß es nicht. Darum fürchte ich. Obwohl, aber hier... Hier kommen wir auch nicht mehr zurück. Ah, verdammt. Okay, also ich muss hier runter. So, hä? So, jetzt hier runter. Aua. Jetzt da runterfallen lassen, sagst du? Das tut doch weh. Autsch, sag ich ja. So, okay. Aber alle unten, alle bei guter Gesundheit. Jawohl. Gut, dann müssen wir uns jetzt hier durchschlagen. Hilft alles nix, ey. So. Alright. Give me your best shot. I feel reassured already. Hm. Hmm. So, einer von 25 und hier sind auch jede Menge Oh, komm mal her, ja? Ja gut, die kommen eh alle auf einmal Okay So, einer weg Sehr gut Aua Alter, Faller Jawoll, da liegt er Oh, und das gibt's auch gleich mal Oh, ist brav Gut Oh, und los Jawoll Mega-Detonation Nice Jihau So, einmal das Ding Gut, das gerade Greift uns das an? Nee, das macht uns keinen Schaden, ne? Das fehlt auch noch Aha, von daher einfach draufhauen Falls die irgendwelche Einheiten doch noch eingreifen Dann haben wir wesentlich Spezialattacken already Wieder zum Beispiel Jut So, was haben wir hier jetzt? Alter, hier ist das ganze Lager voll Okay Okay Uh So, dann kümmern wir uns erstmal um euch, würde ich sagen Solange der eine Leftness da unten ist So Dann kommt er Oh, der Leftness kommt zurück Schnell Oh, geht vorbei, okay Bin ich gut So, jetzt aber Das Gute wäre gewesen, wäre der eben dazugekommen, ne? Dann hätte ich noch die Spezialattacken alle fertig gehabt Die paar Attacken, die Angriffskette wäre fertig gewesen Oh, was machst du denn Schulk da drin, Alter? Ist ja doof Oh, Backe, ey So Einmal Ein paar Angriffe bitte Oh, nö, ey, Leute Ja, und ein zweiter Leftness auch noch Ach, komm Ne, echt, was hat Schulk da drin gemacht, Mann? Wir waren doch hier draußen gerade in Gange Das frage ich mich echt Was soll der Müll? Ja, danke Danke für nix So, da wären wir wieder im Lager Zack Und diesmal greifen wir erst hier unten an Oh, mehr, ja, Carla Hä, was soll das? Das Ding Okay Das ist noch ein Drecksbanner Ich bin jetzt meinetwegen an Da, komm Oh, kriegen wir den erledigt Ja, bevor die Truppe wieder da ist Ja, kriegen wir Das ist gut So Okay, dann Jetzt auf die hier So Jawohl Ruf da Okay, und der Kollege Oh, rein ins Regenerationskraftfeld So Paarattacke Jawohl Nice So So Wächter mit Okay Man bleibt noch die Truppe da Komm her Komm her Komm her Komm her Komm her Wo du keine Unterstützung rufen kannst So Oh Freunde Sonne Dann jetzt rein Und danach Kommen wir uns um das Lager Verdammt Falsches Timing Uxala Ja Oh 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 Boy Oh Oh Aufs Maul gibt's jetzt für euch, Leute. So. Na, komm raus da. Nicht, dass wir gleich das ganze Lager am Hals haben. Wegen dir Drecksperr. So. Wech. Okay. Da ist noch ein Banner, das ist mir egal. Der Feron ist da, der könnte noch interessant werden. So, kommt er ja. Okay, jetzt kommen sie eh zu dritt. Ah, okay, jetzt kommen alle. Na, dann drauf da. Gut, den haben wir. Alter, hallo. Der Dreckspionier schon wieder, ey. Der hält so viel aus. So, komm, bring ihn zu Fall. Jawoll. Sehr gut. Sehr gut. Aber ich kümmere mich erst mal um den hier. Boah, können wir erst mal den alle bitte angreifen? Danke. Bis der kleine Spacken hier weg ist. Und da können wir uns um den Großen kümmern. So. Und dann machen wir erst mal die ganzen paar Attacken. Können ja alle drei machen. Äh. So. Na, das war's dann wohl für das Vieh. Jawoll. So, nur noch das Ding. Okay. Na dann los. Oh, mehr hier. Haubung abgeschlossen. Oh, endlich. So. Welch mit den Viechers. Und ab durchs Tor. Ach, komm. Und wo ist der Schlüssel? Wahrscheinlich das leuchtende Ding da, oder was? Kann nicht so ein Schlüssel. Könnte sein. Vielleicht. Verdammt. Hey, hey, hey. So was. Alter, Stufe 30 Viecher. Okay. Stufe 29. Finde ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Aber hey. Guck mal mal, was daraus wird. No traces of Auroboros power being used. Plenty of footprints, though. Although, they seem to all be from search party boots. Nothing else at all. Gotta be some trace of the refugees. Oh, there's something all right. But it's weird. Weird how? There are tracks leading up to here, but... Nothing to suggest that anyone left. So, do we think they were done in? Huh. Oh, sorry. Oh, no. No. Kyra! No, no. Siehst du? Was habe ich dir gesagt? Ich war sicher, dass sie aufstehen würden. Be sure to strip their corpses, we'll be eating fine this week. Why? Why can't you just leave us the hell alone? No! Why are we bringing those people with us? Oh. Drop it, Nael. Matthew! You know why, surely? Yeah, but... Some of our vocal soldiers. Spare a thought for them, yeah? Makes no sense. My whole. Haven't we done enough? We could have just kept to ourselves. But we're still doing this. And now Kyra's dead. Nael, you hear? Why in the dark? Go away. With or without Mobius, nothing will change. In the end, people always kill people. Those soldiers were still part of the cycle. I bet they were controlled. Doubt it. No red irises. Savages. They killed Kyra just to add on a measly few extra days. Come on. That's worse case. Matthew. Always in fantasy land. What? You can't keep every bloody person happy. How can you not understand it? It's impossible. The only true end is the moment you give up. Isn't that what Grandad taught us? Then show me already. This world of peace where nobody has to die. Make it come true. You think you could do that, do you? You think you've got what it takes? I... I... Well, I don't. I'm barely holding on. You hear me? We can't yet be sure that she's dead. Even the footprints. The search party's little skirmish could be wholly unrelated to this. In my head, I get it, yeah. Except... In my heart of hearts. I bloody hate this. You hate what? These stupid bodies we have. If only we turned into husks. The same way that soldiers do. But no. We vanished without a trace. No evidence. Nothing. I understand your unease. But... Keep heart. I know. I know. You fellas. Can I help you? Food's up. Saved you some. Come on. Everyone's having a blast. I'm not depressed or anything. Ha. Oh, I know you know. That's not what was implied. We're having a... Little shindick. Nothing like a little shindick to foster relations, eh? Hey? So. Now then. It's all back up. It's all back up. It's all back up. It's all back up. Will... I'm... That's all back up. It's all back up. It's all back up. It's all back up. You know. I have to take care of the... Haben wir schon. Na gut. Äh, irgendwas Tolles an Juwelen. Erhöht die Effektdauer. Okay. Hier, und erhöht die Geschwindigkeit des Aufhelfens. Joa. Erhöht die Effektdauer. Joa. Nehmen wir auch mal. So. Das noch. Halt. Das. So, das müsste es gewesen sein, ne? Oder ist noch irgendwo was, was sich steigern kann? Ne. Okay, das haben wir, das haben wir. Dann wollen wir hier mal übernachten. Oh, komm. Jawoll. Weiter geht's mit der Story. Okay. Matthew. Ich denke, du würdest uns sagen, was du erzählst? About your sister? What happened to Nihil und so weiter? Oh. Well, I wouldn't want to force you. No. It's fine. All right. It happened on the day the city fell. Mobius. Mobius. Nihil. 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 Grandad. Matthew. Grandad. Take care of Nihal, the future. Grandad! It's in your house. Möge you. When I came to, I was all cuts and bruises. Back then, A was the one that nursed me back to life. Found me while traveling, apparently by pure chance. I say, that's why it's not just that. It's him too, the Mobius bastard. I'll wring his neck with my bare hands. I swear it. You've hardly changed, to my eyes. You're saying I'm like him. No need to throw it in my face. Hm. So why do you look like that? Logos was the male persona, and Numa the female one. Ontos was meant to stand somewhere between, forming the Trinity Processor. It all adds up to me. I see. Does Matthew know? So about you and Alpha, what happened? How did you split apart? It was unforeseen. For that Mobius and man, to have that kind of power. To my fortune, it unshackled me, from the chains of Ontos. Chains? As you may know, and this is surely evident to you, Shulk. But Origin, it's based upon the architecture of Ontos's core. I heard about that from Melia. A gift from Alvis, she called it. Ontos was the Arbiter. And thus, was predicated on the existence, or perhaps the opinions, of the others, Logos and Numa. In short, without the two of them present, Ontos was just a machine. My original, he was shaped by Klaus, and shouldered the man's regret as he was born into that world. Hence, he was able to help you. But he is no longer. The me that is left is just a machine. And machines know no sympathy. That's why, he took steps to erase this world. To create a new future in its place. Debris of the past. And the noise that permeates the present. Your lives are to him, redundant. His conclusion, that only new life, that of the people of the city, ought to be preserved. Ontos proclaimed himself Alpha, and chose to leave for a new world. Shepherding the citizens along with him, while erasing the old world in his wake. However, Ben's intrusion caused something of a setback. That is not all it did. In any case, I was able to separate from Alpha. The memories of traveling with you, and all other faint recollections. They compose me. Hmm. You could call me his conscience. So, here's what this conscience or whatever is saying, Ben. There's no life that deserves to be left behind. All life is worth saving, more or less. Yes, that's the gist of it. I suspect that if Logos or Numa were here now, they would surely say the same thing. Yeah, I bet. So, why tag along with the kid? You've good reason, don't you? For Alpha to command some form of power in this world, he needs a body to inhabit. Yes, like how Zamsa once lived in you, a Matthew's sister. What's this? This wind over by the lake. I've come to fetch you, Matthew. Come. It's time to go. Okay, Freunde der Sonne, dann würde ich sagen, hier speichern wir jetzt nochmal, auf jeden Fall. Und genau an dieser Stelle geht es dann auch in der nächsten Folge weiter. Und genau an dieser Stelle geht es dann auch in der nächsten Folge weiter. Und genau an derocate здесь geht, also. Vielen Dank.